dafür jetzt nicht einsetzen müssen das war knapp was denn da ja es mir scheiß egal beides kacke dahin auch guter name was new haven ist auch gut wird auch kein wohnen ich glaube die granate ist gar nicht mal schlecht ich glaube die sucht sich die ziele ok sehr sehr nett nachladen oh shit ganz länger corner oh die sind aber widerlich ja wie du gesagt was denn das für eine die waffe hat so die kugeln fliegen manchmal sehr merkwürdig bei der waffe stehen ja sie ist scheiße aus es hat der den getötet die granate ist ja weit geflogen von ihm er hat mit dem starken arm geworfen ja ich glaube nicht denn hier rechts 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 mein mann 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 alle sind aber auch jetzt viele drei vier stücke schon hier geht es runter wir müssen glaube ich hier lange ich glaube wir müssen darunter nicht hier lang ich weiß euch noch mal darauf dass ihr niemanden von meinem geilen loszuschneiden die irgendwie die sachen an jetzt die kugel komisch eine ulti irgendwie schon den ganzen dreck und so also in anderen wenn man anderen zweig nimmt dann kannst du auch gegen uns sowas anziehen was muss er loswerden ein stück das war jetzt auch schon wieder so eine barriere uiuiui da doch nicht doch da ist irgendwie ein kabel aber aber hm Who knows? Das Gebiet finde ich echt Am besten ist man hat alles in Sanctuary und kann da auch alles direkt abgeben und machen. Das wäre optimal. Ja, aber das ist ja, weiß ich nicht, so verwinkeln, so groß. Das ist für die Entdecker. Ja, super. Boah. Ist ja richtig weiter Marsch. Nein, lass uns mal eben die eine müsste unterholen, oder? Hm. Ich bin nicht weit gekommen. Danke. Bitte. He. Oh. Marodeur, Marodeur. Ah, dieser Skag sieht ja todtraurig aus, wie er da so angekettet ist. Vielleicht sprengst du seine Ketten und befreist ihn. Äh, schau mal vor, sorry, falls er danach dein Gesicht frisst. Ja, äh, was denn? Oh, der kleine Kahl scheint verletzt zu sein. Seine Mama muss ihn wohl verlassen haben, oder so. Normalerweise würde ich ihn mit einer Granate füttern, aber er scheint ganz brav zu sein. Du könntest die Medizin besorgen, damit er nicht mehr so erdarmt. Ach so, du wolltest ihn nicht machen oder was? Ja, ich hätte gedacht, dass wir erstmal die 600.000 Gegner hinter uns töten. Ach, komm schon. Weil ich jetzt nicht wusste, ob man ihn vielleicht eskortieren muss oder so. Ne, muss man ja nicht. Ja, noch nicht. Wir müssen erstmal Madison finden. Wer ist Madison? Das ist der Bruder vom Penicillin. Holst du's? Äh, wenn ich da raufkomme, kann ich was machen. So. Sieht aber eher schlecht aus. Du bist... Oh, oh. So. Fuck. Äh, 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 äh. Wow. Lol. So. Danke. Abs. Ähm. 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 im kino du kino ein spielbarer steckte auch cool ja es hat nur ich habe ich schwierig mit den fähigkeiten aber sehr schön wissen sie ja ich hab mir das mal gerade zuerst gemacht was die mission jetzt also zuerst hier angenommen und dann ja gut ist schon immer nicht wissen warum ist es wieder ich auch was doch was er gesagt hat aber eben wirklich gute erfahrung das muss man dem ja hoch anrechnen aha ich glaube diese nische ist die loverin von hand so ne jakt was jetzt geguckt weil sie es gerade gesagt hat ich gehe davon aus dass die das auch ist die redet mit dir die durch die lautsprecher in laut sprechen kommt manchmal so jetzt spricht vielleicht bin ich auch verrückt möglich und wieder zurück man kommt denn nicht einfach mit das wäre einfacher du würdest ja nicht so viel laufen müssen Kilometer geld ich hasse backtracking möchte ich gern von gearbox ausgezahlt bekommen wie viel hast du jetzt von 24 mir fehlen so zwei auf jeden fall komplett und dann ein viertel ungefähr ein bisschen weniger du mir fehlen nicht ganz zwei komplett er dort ist irgendwann auf einmal mehr fertig ich habe auch weißt du weg was habe ich mal kurz meine motz wann ist die motz irgendwas habe ich nicht die motz diese anderen sachen die artefakte ich hatte die ganze zeit ein artefakt drin weil das dir mehr erfahrung gibt ich hatte ein artefakt drin was für mich total unsinnig ist weil ich gar nicht fahre ich habe dieses booster ding drin gehabt jetzt habe ich mir fünf prozent mehr erfahrung ja toll super du kino digitiert zu auch cineplex ja guck mal wenn du im skeptischen gibt es mit dem futter wollen aber ist ganz gut da müssen wir jetzt eh hin ja läuft ja ich habe zusammen erfahrung genommen weil das mit dem boost ist zwar nur gut aber wir kämpfen ja mehr als dass wir fahren also man fährt zwar auch ne man fährt zwar auch relativ oft in manchen gebieten aber es glaube ich bringt halt nicht so viel dieser boost und da ich so gut wie die fahrer bringt er mir sowieso nichts aber fährst du auch ständig ja als beifahrer das stimmt halber bald noch also die geben hier echt gut ja das ist ja gut die sind alle auf unserem level die anderen waren ja immer 45 unter uns ja aber trotzdem also finde ich jetzt ganz gut dass man auch mal wieder ein bisschen fortschritt im level hat weil da sonst auch immer so ewig ja das level ging jetzt wirklich sehr fix er soll mir noch mal nach rechts gehen und noch mal gucken ob der jetzt da ist oder ach du mit der madocke und jetzt ist er da er war merkt auch noch raunung daneben geschossen wusste denn scheide schon ein bisschen man muss glaube ich erst ja ich weiß nicht oder muss man den hier auf den häusern vielleicht suchen den sprengstoff ja wenn es seiner ist da hat mir versteckt oder so wer hat denn da mit uns immer gesprochen absolut keine ahnung war das nicht ich verwirte dieser pfeil der nach unten zeigt aber er weiß nicht vielleicht kommt man da später hin oder so ja keine ahnung und dann steck zum besorgen ja panzer das kräuter lol zudem mit einem schuss getötet ich habe das scheinbar er war wie den schließt zu mehr wir hier sind nämlich hier ist es auch nicht doch passiert im 6 zum auflösen wenn es verschöpft und tropp er hat irgendwas sollen in den mund schießen was in der besonderen waffe oder so vielleicht vielleicht nicht gedacht ja da ist eine also einfach töten weiß es nicht wir haben ja jetzt schon ein paar getötet und es kam erst eine weil wir das ist random oder du musst das vieh töten bevor nee den reiter vielleicht töten bevor das vieh stirbt oder so know what i mean cool müssen noch mehr von den kommen von den boys hier ja gut da hinten ach das war doch klar danke das war eine ne und keiner mehr ich glaube es gab nur fünf stück und ihr mal getötet ärgerlich da hinter dir der hand aber auch nicht müssen viele andere ist direkt hier als ob es wirklich nur so vier stück davon gab ja die können hier noch nicht raus ballern genau nicht gibt es nach opportunity alter die waffe die wir bekommen haben die macht bei mir 311 schaden in spanien da regent ist kastanien überzeugt mich ich kenne nur kastanien aus katalanien oh gott hast du das auch für eine scheiße du kannst nicht die ganze ganz langsam laufen bisher nicht schnell alles in zeitlupe also der sound war schon geil ja aber wie kriegt man was er wurde sehr kenne ich hatte es war einer vielleicht auch schwierig aber erst den reiter zu töten wie dieses helft habe ich jetzt box mit das kack film schon bitte da steht nichts drin wie man das mal ja wahrscheinlich dann vielleicht wirklich immer in den kopf schießen oder so im kopf schluss leicht umbringen wir haben hier geht mir aus dem bereich da wieder raus nur kack mission hier jetzt getötet ich habe auf so einen haufen geschossen auf ein häufchen ja ich glaube wir haben hier die population umgebracht es gab wirklich nur fünf da ist glaubt als bonus gab es den sechsten aber den haben wir auch nur getötet was passiert wenn man ihn untersteht doch noch ein bisschen schaden aber nicht ist rede wert ja gut eigentlich fällig die andere mission kriegen wir auch nicht hin wieso ja das ist die mit dem ja 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 auch mein gott hier sind wir hier so einer das ungünstig jetzt scheiße keine money mehr oh shit oh shit oh shit oh shit oh shit oh fuck das ist wirklich ungünstig aber ich stehe genau vor seiner fresse ja so eine zunge so 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 Vielen Dank.